Schweizeres Hochwasserland Jeden sieben Bewohner wohnt in einer gefährdeten Zone. Gegen Hochwasser können wir uns schützen, aber dafür müssen wir wissen, was wirklich passieren kann. Und genau aus diesem Grund hat das Mobiliarlab für Naturrisiken vor drei Jahren die Forschungsinitiative Hochwasserrisiko ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Forschungsinitiative gehen wir die Frage nach, welche Schäden jetzt wirklich passieren, sollte es mal überschwemmen. Und in diesen drei Jahren sind wir ein grosses Stück von Rachel. Besonders haben wir in der Forschung drei Bereiche vorangetrieben. Erstens, wir simulieren jetzt Flächen entlang von Flüssen, die bei bestimmten Niederschlagsereignissen überschwemmt werden. Zweitens, wir haben Methoden entwickelt, um für die ganze Schweiz, wo wir Gefahrenkarten haben, das mögliche Schadensausmass zu berechnen. Und drittens haben wir jetzt auch neue Methoden, die aufzeigen, dass wir, wenn die zukünftige Siedlungsentwicklung weitergeht, intensiviert wird, welche Folgen das für das Hochwasserrisiko hat. Basierend auf diesen Resultaten haben wir den Schadensimulator entwickelt. Der Schadensimulator ist eine interaktive Webseite, die erlaubt nachzuschauen, wie viele Schäden tatsächlich passieren können. Und zwar kann ich im Schadensimulator für jede Gemeinde nachschauen, wie viele Schäden in Franken jetzt tatsächlich an Gebäuden entstehen können. Er hilft mir aber nicht nur, einzuschätzen, was heute passieren kann, sondern er hilft auch in Zukunft zu schauen. Ich kann nämlich in verschiedenen Szenarien nachschauen, wie sich die Schadenausmasse in Zukunft entwickeln würde. Auch in Zukunft müssen Überschwemmungsschäden nicht unbedingt zunehmen. Und zwar auch dann nicht, wenn wir unsere Städte und Dörfer weiterhin baulich verdichten. Das aber nur, wenn wir geeignete Massnahmen treffen. Der Schadensimulator ist auch ein gutes Werkzeug für die Praxis. Er zeigt auf, wo Schäden entstehen können und damit ergänzt die Gefahrenkarte durch die Schadensicht. Er hilft also mit, aufzuzeigen, wo Schutzmassnahmen wirklich nötig sind und er kann gebraucht werden, um Schutzmassnahmen zu priorisieren. Man kann den Schadensimulator auch für die Forschung brauchen. Ein Mobiliarlab für Naturrisiken haben wir verschiedene spannende Sachen herausgefunden. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass nicht unbedingt dort die meisten Schäden entstehen, die am meisten Wasser abfliessen, sondern viele Schäden entstehen in sogenannten gelben Zonen. Das ist eine Zone mit geringer Gefährdung und zwar schlicht und einfach aus dem Grund, weil dort sehr viele Gebäuden stehen, die kaputt gehen, wenn es tatsächlich überschwemmen sollte. Aus dieser Tatsache ergibt sich, dass insbesondere in gelben Zonen ein grosses Potenzial für Schutzmassnahmen besteht. Da kann man mit relativ geringen Massnahmen, die ohne allzu viel kosten, einen sehr guten Schutz erreichen. Die Forschungsinitiative geht weiter. Wir bearbeiten bereits eine neue Fragestellung. Im Vordergrund stehen hier Verkehrsinfrastruktur und die Auswirkungen durch Hochwasser. Wir entwickeln Methoden, um abschätzen zu können, wie sich Hochwasserschäden an Schienen und Straßen auf die Mobilität und Versorgung der Bevölkerung auswirken. Also wir fragen uns zum Beispiel, welche Straßen unterbrochen sind. Was bedeutet das für Pendlerinnen? Müssen sie längere Wege fahren? Können sie überhaupt ihren Arbeitsplatz erreichen? Und was bedeutet das auch im Verlust von Arbeitsstunden? Wenn Infrastrukturbauten beschädigt oder zerstört werden, sind meist die indirekten Auswirkungen größer als der direkte Schaden. Deshalb gehen uns Hochwasserrisiken alle an. Geist zu Jochen Schein. Ich bin reproduktion, die Jugend daily im Nachkinen aufbauen. Also wir sehen uns, dass die Kreditzeichen unterbrochen sind. Und das ist die Kreditzeichen unschätzen. Wenn ein Mann mehr auf dem Weg ist, dass die Kreditzeichen auf die Kreditzeichen. Küchen ist nicht in der Kreditzeichen Schaden. Vielen Dank.